Hallo Julian und herzlich willkommen bei Blau oder Schwatt. Hallo Fabian. Julian, Rührei oder Spiegelei? Rührei. Also ich bin da doch der Typ, der Rührei sehr gern mag und Spiegelei überhaupt nicht mag. Also ganz komisch, aber Rührei. Fisch oder Fleisch? Da bin ich doch eher der Fleisch-Typ. Musik oder Podcast? Auf langen Autofahrten Podcast und sonst Musik. Ich würde mich doch eher für Musik entscheiden. Horrorfilm oder Liebesfilm? Ich hasse Horrorfilme, aber ich mag auch keine Liebesfilme. Ich würde doch eher Liebesfilm. Telefonanruf oder Textnachricht? Telefonanruf, weil ich denke, dass man da doch alles immer besser und schneller regeln kann. Als Haustier, Hund oder Katze? Ich habe zu Hause bei meinen Eltern eine Katze, aber er würde mir selber gerne einen Hund anschaffen, deswegen Hund. Land oder Stadt? Land. Also ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und die Ruhe gefällt mir besser. Sportwagen oder SUV? Sportwagen. Ich mag es dann doch eher schnell. 4-4-2 oder 4-3-3? 4-3-3, weil da auch meine Position sozusagen mit dabei ist. Der ist eher die Offensive 8 und im 4-4-2 ist der 2-6er und deswegen 4-3-3. Krafttraining oder Lauftraining? Krafttraining. Ich hasse Lauftraining. Allgemein Ausdauer mache ich nicht so gerne, dafür eher Kraft. Danke Julian. Gerne.